Eine Meldung, ja? Du sollst dich ja auch in der Beta bekommen. Ja. Michelle als Mutter krank werden ist, ja, das ist halt kein Zweitjob, ne? Das ist ein Vollpare-Job. Problematisch, I know. Eine Frage, meinst du eh, Mombar, nicht das Pokémon, das du besucht hast, oder? Nein. Ja, aber das gab es doch schon gestern. Ja, ich weiß. Danke, Davi, Jungs! Perfekt. Oh, frisch. Oh, es ist ein Affair. Oh, okay. Alter. 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 weiter was da okay wo das noch da ist es spielt so gut ich liebe es also das klingt halt so gut mit ich hab nichts bekommen ja ich meine auch unseres ich hab so viel für die botten getan ich hab nichts dafür bekommen das kann was wieso sind beide jetzt erst so da kam wieder das alkohol kommt aber wieder genau rechtzeitig wahnsinn du bist auch wieder oben ich bin einfach voll gestrickt wir haben aber auch wieder das gute gegner erwischt oder war hart ich hatte minu zwei große minuze wie nötig kopfschmerzen kein toller tag ja das wird ja trotzdem nichts bringen und noch nicht angefangen ich weiß nicht so gut ne nein wie er noch weg kommt das ist so traurig nein nein da geht das stattdurch ne ja kommt ja ha 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 Boah, was für ein Fight hier unten, ey. Der zur Rennung, äh, Bärde, oder was war das gerade? Die Ulva Useless? Ja, aber sie hat Spaß gemacht. Wir haben ja noch Zeit. Nur weil ich, äh, Corolla nicht leiden kann. Oh, da kommt schon noch Tara mit dem Corolla auf sich drauf. Habe ich voll Bock drauf. Du hast uns nicht geholdet dafür. Okay, die Plätze wird auch voll. Ich brücke sie gegen die Mauer. Ja, hier kommt. Wir nehmen sie hart durch. Ich habe doch einen Gänger. Oh, jetzt muss ich, glaub ich, weg. Boah. Look at that. Du wirst mich ulten. Oh. Ja, das war so klar. Aber wir haben Corolla Ult, Monona Ult und Gengar Ult ist draußen. Heute wirst du nicht alt. Ey, das ging mir 11.600 Schaden zugegnügt, ne? Wir liegen im Rückstand? Wie? Das war wahrscheinlich, weil die halbe Base unten schon kaputt ist. Meine liebe Freunde, meine liebe Freunde, ist gut nicht schwarz. Das war eine Mauer, ne? Was? Ich habe mich aufgehalten. Was macht das Piana da eigentlich? Oh, gosh, alter. Ist auch da. Was? Was? Ich habe mich aufgehalten. Ich versuche, die nur abzulinken, ne? Hier ist jetzt mühlich auf die Mitte. Jawoll. Ihr habt Piana wie trotzdem gemeldet. du musst du musst zurückkommen das krieg ich nicht hin ja ja aber die eine base ist ja wurscht ich könnte jetzt noch zu zweit dann auch wenn es wahrscheinlich nur genau das sind ja so unaufgehalte mit durchziehen muss Flohmarkt, wie geht es dir, Paper? Wir haben gerade ein Spiel mit den inaktiven gewonnen. Wollte am Anfang wirklich nicht schlecht war.